Moin Moin und Hallo! Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Mampfen und Bewerten heute mit dem leckeren Fischburger. Oh, der leckere Fischburger. Guckt euch das an. Fisch King bei Burger King. Ich gehe kaputt. Es gab jahrelang kein Fisch bei Burger King. Deshalb habe ich mir den erstmal geholt. Und wie ihr seht, das ist ein properer, strammer Jungen. Ein guter Matrose, kann man sagen hier. Oh, ja. Was bringt er denn auf die Rippen? 200, was ist das? 228 Gramm haben wir da. Okay, das ist ein Unterklasse, nicht mal Mittelfeld. Ja, nee, das ist Mittelfeld. Es gibt noch weichtere. Also, BK sagt dazu. Aufgepasst, Matrose. Zartes Fischfilet mit knuspriger Panier oder Panade, würziger Tartarsauce und knackigem Salat. Der Fisch King ist immer eine gute Fang. Egal in welchem Restaurant du vor Anker gehst. Ja, da haben sie recht. Es schmeckt wirklich angemessen lecker. Wenn ihr euch so ein Freund gönnt, dann nehmt ihr 446 Gramm oder 446 Kilokalorien auf. Entschuldigung. Das ist Mittelfeld in Sachen Kalorien. 1867 Kilojoule, davon 23,7 Gramm Fett. Gar keine gesättigten Fettsäuren. Wow, wir haben die das geschafft. Kohlenhydrate 40 Gramm, davon Zucker 4,8. Eiweiß 16 Gramm. Das ist gut für die Muckis. Salz 0,8 Gramm. Also gute Werte. Einfach ungesättig Fettsäuren. Nix, nix, nix. Super. Das war's schon. Sehr Gute Sache. Wir haben, ja doch, wir haben ja Mittelfeld Kalorien. Das Ding sättigt jetzt auch nicht so richtig der Burner. Die Soße ist mit etwas, also so eine Tartarsauce schmeckt gut. Das schmeckt so, wie wenn ihr euch zu Hause selbst einen Fisch King bereiten würdet. Also wirklich, ich kann es nur bedenken. Nur was mich ein bisschen teut ist, das Brot war mir nicht, also es wäre besser, wenn es gesteamt wäre. Deshalb leider ein Punkt A zu beim Steamen. Dann finde ich den Preis etwas sehr hoch und die Menge ist nicht ausreichend. Also ich bewerte diesen Fisch King mit 7 von 10 Punkten, obwohl er mir wirklich gut geschmeckt hat. Aber ein letzter Kick bei der Tartarsauce wäre schön gewesen. Sie schmeckt sehr nach Essig. Also guter Fisch King, weiter zu empfehlen. Ich hoffe mal irgendwann im Angebot. Damit sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Ich gebe mit positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Zun zun.